Du glaubst, du bist ein besserer Stürmer als Darmbo? Dann ist jetzt deine Kreativität gefragt. Nenn uns auf jeden Fall den Namen deines Spielers und seine Nummer. Auch über das Aussehen kannst du ein paar Worte verlieren. Ja, und dann wäre es natürlich auch schön, wenn du uns das Alter mitteilst und vielleicht auch eine kleine Geschichte zu deinem Spieler erzählst. Lass deine Fantasie freien Lauf, denn je kreativer deine Geschichte ist, umso größer sind deine Chancen ins Team zu kommen. So come on, let it run!